Ich erkenne euch wieder. Ihr seid... Ihr seid der ehemalige Henker im Auftrag der Regierung, Ito Ogami. Untertitelung des ZDF, 2020 Für einen Auftragskiller, dessen Weg in die Hölle führt, ist es gleich, ob er tot oder lebendig ist. Mein Sohn und ich haben Leben und Tod hinter uns gelassen. Wenn es sein soll, dass wir sterben müssen, dann sind wir dazu bereit. Einen solchen Mann habe ich zum ersten Mal gesehen. Zum ersten Mal. Ihr werdet meiner gnadenlosen Drache nicht entgehen. Niemals werde ich der höllischen Schattengarde der Yagyu verzeihen. Zur Hölle sollt ihr gehen. Dorthin schicke ich euch alle, ihr Yagyu.